Scheiße, ich glaube, das Spiel ist darin, dass der Vater gar nicht gewinnen kann und man einfach nur Spaß daran hat, das Kind zu killen. Okay, wir müssen uns also ein paar Wege einverlassen, um Babys zu töten. Ich stecke dich in die Mikrowelle. Ja, Mann, das ist eine gute Idee. Es hat Potenzial. So. Das ist so dumm. Hauptsache, er springt einfach die Steppe runter. Läuft bei dir. Ich muss andersrum gehen, die Tür ist im Weg. Wie kann ich dich da jetzt reintun? Du siehst doch richtig, ich lege auf dem Boden. Warte. Laber. Der ist kaputt gegangen. Laber, warum das denn? Versuch dich mal irgendwie aufzuheben. Warte. Was? Warum kannst du dich nicht erdrücken damit? Der lässt man doch vor dem Backbruch hin. Ich muss den irgendwie wieder aufstellen. So, jetzt. So, guck mal, ob du da drauf kommst. Dann gehst du auf den Tisch. Tu mir denn den scheiß Ding ins Weg. Du bist da. Ja. Ich sitze auf dem Stuhl. Ja, und jetzt spring auf den Tisch. Bist du drauf? Ja. So, pass auf. Und jetzt? Warte. So. Hauptsache, jedes Mal, wenn ich irgendwie was wegwerfen möchte, sieht das auf einen anderen Tisch. Ist echt so alt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Guck mal, ich hab dir voll die gute Leiter gemacht. Du kannst da nur hochkommen. Das geht nicht anders. Warte, ich mach dir neue Leiter. Hier. Geht nicht? Nein. Doch. Ja? Nein. Doch. Warte, ich muss den Stuhl aufstellen. Hier, hier. Komm her. Es geht nicht. Warum hebst du mich nicht einfach auf? Ich brauch den anderen Stuhl. Wo ist der? Mit dem hier konntest du hoch. Warte. Ich krieg den nicht mehr hochgehoben. Da. Jetzt. Jetzt. Geh da drauf und dann auf den Tisch. So, und jetzt versuch diese Leiter zu nutzen. Nein. Nein. Du bist weggedrückt. Leiter bist du drauf. Ja, mach einfach den Stuhl jetzt hier hin, Mann. Den einen geilen hier. Den hier. Okay, warte. Jetzt heb den hoch. Den Stuhl. Mit mir zusammen. Langsam da rüber. Langsam. Ey, das geht. Langsam. Das geht. Langsam. Lieg zu schnell. Ja. Ich kann nichts dafür. Das ist... Baller mich rein. Nein, Mann. Du hast es nicht geschafft. Nee. Starb kaputt? Ja. Alter, der ist voll scheiße. Der ist hundertprozentig von Teddy, ey. Ja. Wow, nein. Du musst von der Seite, weil die Tür ist sonst im Weg. Stell dir mal hier hin oder geht das nicht? Jetzt, jetzt. Wohin? Der steht bei mir unten. Warte. Heb mich hoch. Hieb mich. So, jetzt. Komm, spring drauf. Wo drauf? Auf den Stuhl. Kann ich nicht. Ah, doch. Jetzt? Ja. Los, verbrenn mich. Tu doch den Toaster hier rein. Warum? Besser ist das. So. Warte, acht Minuten. Guck. Hauptsache, den Toaster juckt das ja nicht, ne? Und dich auch nicht. Ne, ich chill ja ein bisschen. Hauptsache, du kannst hier wirklich die Zeit einstellen, aber das scheiß Ding funktioniert nicht. Mikrowell ist kaputt. Toll. Halt, hier liegen Scherben rum. Kannst du die essen? Hier, ne Scherbe. Wo? Wo liegt die? Da hinter dir. Egal, komm, die Küche. Ich hab ganz viel Glas kaputt gemacht. Richtige Belagerung. Bist du mit mir? Geh auf die Erdplatte. Geh auf die Erdplatte. Komm da raus. Hä? Digga, mach doch keinen Scheiß. Mach doch wieder auf. Mach ich gar nichts. Mach doch auf jetzt. Mach doch auf. So. Mach an. Meine Ellenbogen sind komisch aus. Ne, das ist nicht der. Oh, nicht der. Warte. Ne, das ist... Ah, krass, Alter. Du bist richtig schwarz. Was für ein abgefucktes Gown, Alter. Okay. Das reicht. Das reicht. Ihr habt's gesehen. Das ist auf jeden Fall keine Kaufempfehlung. Nein, Mann, null. Wenn es euch trotzdem Spaß gemacht hat, dann lasst doch eine positive Wertung da. Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns am nächsten Video wieder. Bis dahin. Haut da rein. Hauta. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.